Die Ross-Operation bezeichnet den Aortenklappenersatz durch die körpereigene Lungenschlagaderklappe, die wiederum durch eine Spenderklappe ersetzt wird. Sie findet vor allem bei Patienten bis zum 60. Lebensjahr Anwendung. Der Vorteil der Ross-Operation ist vor allem die verlängerte Lebenserwartung im Vergleich zu konventionellen Klappen als auch die erhöhte Lebensqualität. Untertitelung des ZDF, 2020